Stemann, kannst du mal schauen, wie viele Leute mit denen da umsetzen? Ich fahre dir nicht, nein. Das kann ich. Nein, Tim. Ich mach's. Also, erste Etage im hinteren Watchtower. Ja, ich weiß, aber ich hab keinen Schluss, sorry. Nee, kein Problem. Granate ist sonst in meiner Leiche. Ist nur Kinnier. Zick. Kein Zick, kein Boytoy, kein nichts. Boom. Also, wir gehen kurz tanken. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja. Wir setzen jetzt jemand auf den Hotel ab, der guckt von da. 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 Der guck von da. Der guckt von da. die sind weg oder von wo ich leide die nachgab da ist hinter der base ich leide die netz nachgab mir ist das kackigal da war ich schneide er ist schon tot wir schießen hier mit Schrotflitte Kini hat gerade auch gehost und 90 na ich war unmächtig ja warum bist du da ach komm redest du von uns wie kann der rauskommen wie kann wie kann Kini aus der base raus wer war dann im Watchtower drin wir wissen noch nicht welcher Name wo liegt denn jetzt zumindest noch eine Leiche da ich eine Waffe habe hier vor der Watchtower Declas hast du dort Fenster eventuell in Richtung Feuerwehr und so hier da sitzt mir so und beim Sektor hier draus ja der Blue Jail ja so unmistisch geist du hoch ja gehoert ja 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 Ah, das ist doch... Also habe ich die Sob... Keine, ne? Es soll aber jetzt, ne, was ist denn? Ja, ich gehe nicht. Ich habe gerade so, ich bin falsch. So, ich gehe eben bei den MTS, ich bin im ersten Watchtower. Ich habe zwei Saures. Nope. Ich habe auch... Ist jemand ETA? ETA-Seite? Ich ja. Nee. Wenn es zwei nach vorne ist. Gar keiner. Das ist nie. Gini. Was ist mit dem Spieler im Wald? Der ist auf der ETA-Seite, äh, auf der Stadtseite und läuft da rum. Was ist mit dem Wasser auf dem Maufhin? Was ist mit dem Wasser? Spannende Musik Dini ist jetzt Wasserweite oder geht da hin. Hat jede Menge Zombie-Ad. Der rönt jetzt Wasserseiterechnung Sabina, wo seid ihr? Niklas? Ich bin im Turm. Jo, seh's, er ist schwarz, gell? Ne, ja, der ist so ein Hero 2 oder so. Der Bandit 2. Der rennt jetzt zurück. Am Wasser entlang? Ja. Hol ich mir den gleich. Jetzt setzt man das, äh, das weitere Schwiegabler. Gib mir die mal die Position durch, ne, dass er mich erschießen kann. Er schießt. Wahrscheinlich er, er schießt auf die Zombies. Äh, Richtung Garagen hoch. Ja, jetzt wird der, äh, gehettet. Ja. Er hat, äh, gemacht. Oder es war der Zombie. Geht jetzt wieder runter? Ne, ja, würde ich nicht. Der ist wieder zu deiner Wasserseite. Ja, er rennt jetzt bei dir rum. Ich bin schon auf dem Stahl. Ich muss eben da Informationen geben. Ich bin jetzt auf dem Weg zur Base. Ich fahr den, Martin. Schnell, ich bin jetzt auf dem Weg zur Base. Jeden gibt's noch für die Information. Ich merk's. Warum? Weil die uns gerade helfen. Was soll ich das denn wissen? Ja, deswegen sag ich's nicht. Ja, du sjunkst so euerOS nicht. Warum kommst du nicht zu uns? Sagt ich. Ich wer! Ja, ist egal. Ne, ist egal. Ne, ist egal. Ne, ist egal. Er hat mich getroffen. Von wo? Er hat Zombie-Head. Ich hab... Ich muss auf deiner Seite, ich muss mich verbinden. Aber ich muss mal bei denen ins TS, damit ich den NS-Infos gehen kann. Ich bin bewusstlos von dem Zombie. Achten, der steht im Wald. Der steht hinter dem Baum, ne? Der steht im Wald wohl. Hinter dem Baum. Der steht hinter dem Baum. Stopp! Ach, du hast es gerade nicht weitergegeben, du hast es gerade durch den TS gesagt. Da sind zwei... Okay, passt. Spendix. Ja, du nimmst das Hash-Max weiter und ich will... Ich bleib eben bei denen, ich brauch den Fans gehen. Das MEG ist tot, die mit einem Active guardian. So, sag hypersicht das was. Bleib bitte weg, du, sonst los. Ich hab mich auf die Distraktion gerade vom dit. Über wen regst du dich jetzt auf? Siehst du gleich? Bist du echt tot? Denke ich. John ist ja nicht tot. Du redest ja nicht um uns. Nein, nein, er hat gesagt, du wirst ihn nicht sehen. Okay, nein, du. Warte. Weil er ihn angeschossen hat. Im Wald ist noch keiner, ne? Ja, der Spinnex. Genau dieser Idiot. Den Idiot, meine ich. Aber kommen die jetzt auch runter zu. Wie dämlich kann der sein? Ich ziel mich da viel. Mach gut eh, okay? Äh, du meinst schon, der Spinnex. Nicht zu Schmex, Uwe. Deswegen. Deswegen hab ich mich gefragt, warum ihr aufgeheuchtet, als Spinnex den anderen gekriegt hat. Ich glaub, wir haben ihn. Joa, quasi doch. Äh, Spinnex. Spinnex hat den Kien wieder gekriegt. Das weiß ich nicht. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Mit so einem Spieler ist Sabina Wald. Piss dich, Alter. Klarton, vielleicht. Das ist Spill. Also ich habe jetzt die Tablet drin hier, die schlaft gerade, versuch den mal ruhig zu halten. Die versuchen noch einen Angriff, sonst haben wir vertackt. Ja, Spin-Axis ist ja jetzt auch da, ne? Deswegen. Das ist mir echt tot. Das ist mir echt tot. Ich bin jetzt bei Kenia in der Base. Den einen Spiegel sehe ich, der in Sabina an den Tannenbäumen ist, aber ich kann nicht schießen. Ich bin jetzt bei Kenia in der Base, aber dann schießt er hier nicht auf mich. So, letzter Versuch. Marco. So. Ja man ey, ich kann nicht schießen. Ich sehe, ich sehe die Einschüsse, Alter. Ja. Jo. Noch 4km zu laufen, wenn ich da. Ich höre. So, weg ist er. Simon ist tot. Bleib mal Spellix. Heiter, heiter, heiter. Er ist der andere. Ja, der andere ist mit dem Gitar. Der 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 ist mit dem Gitar. So, soll ich rüberschwimmen? Smirch. So, okay. Ich habe jetzt alles. Smirch, ich schwirmen rüber, okay. Weil er schwimmt. War das unter, Simon? Nein. Gamm' Arsch! Du hast A4 Kilometer entfernt, als würde ich mich von dem killen lassen. Was heißt hier dem, ey? Was ist denn wieder so abfällig? Hä? Hä? Was ist denn wieder so abfällig? Ich hätte doch nicht mal gesehen, wer den Simon gekillt hat. Ja, ich? Ja. War nicht so gemacht, wenn du uns wieder so aufgefasst hast. Ja, äh, Niklas, haben wir hier schon alles gelootet? Die Leichen, ey, ne? Äh, nee, ich kann auch leider nichts mehr looten. Hier liegt noch ne M20, M240 rum. Ja, was ich meine. Ja. Komm' raus, ja. Okay, ich bin am Heli und ist soweit alles ganz. Ja. Big Jerrycan hab' ich drin. Da liegt noch ne Big Jerrycan, ne? Ja, die ist aber leer. Dann müssten wir vielleicht gucken, ob wir die ausm, äh, ausm äh, damit schnell ein Ding ist hier. Ne Feuerwehr. Ja, warte. Ja, ich kann den Kram raus, was du nix mal. Okay, dann komm' die Kram raus. Ja, ich kann den Kram raus, was du nix mal. Okay, dann fliegen wir weg. Ah. Okay, warte, steig rein. Sorry, Jungs. Ja, was ne Anzauern, ne? Wir sind auf jeden Fall echt beschissen. Der ist uns nebenbei. Ja, aber ohne die hätten wir nicht mal unser Gear zurückgekriegt und Snatch wär' eingesperrt gewesen. Was macht der Heike aneinander? Also, der Simon gehört doch zu denen, glaub ich, oder? Keine Ahne. Okay, gehen wir erstmal irgendwo tanken. Ja. Ja. Hört ihr mich an? Wo? Base. Nicht, dass die jetzt grad bekämpft wird, weil wir da so viel... Warum denn denn das Tank? Ne, ich nehm mich jetzt eben mit. Kein Essen. Ne, hier ist Essen drin. Essen drin. Ja, das ist draußen. Draußen oder drin? Draußen? Ja, besser draußen. Ich bin grad nicht so gut im Heli. Wo ist Ghost denn jetzt? Woher? In drin. Sollen wir dich irgendwie abholen, oder was machst du da jetzt grad? Ja, abholen und lass' ich meinen zweiten Apparf, ne? Wir haben halt nur einen Fitzelblut, wir haben halt nur 80 Liter getankt. Dann parken du mal, oder? Ich weiß nicht. Snatch, du hast jetzt, äh, mitigriert, BDA, M490 zurückgekommen. Na komm, wir gehen eben erst tanken, ja? Ne, mach mal. Was, was, was hast du grad bereits gemacht? Du hast ein BDA-Kit, äh, BDA, M490 zurückgekommen. Interessiert doch Kraftdackern. Ja, das macht grad scheißegal. Du hast mal festzustellen, du S90. Ja, sorry. In rechts von euch. Wenn ihr mit dem Blackhawk fliegt. Ja, aber passt nicht. Also, ich hab jetzt schon Angst, dass ich das nicht schaffen. Na, wir haben besser, gleich muss er mit die Täter ankommen. Ja. Weiß. Echt verdammt knapp. Fliegt trotzdem, vielleicht... Ey, wir schaffts nicht mal das Zweite, wir müssen das Erste. Äh, packt Sachen in euer Rucksack. Das geht. Ich hab kein Rucksack bei. Jetzt fliegt ihr die B. Jetzt nix, wir müssen es trotzdem runter. Das ist aber... Alter, wird das knapp. Ja, das schaffst du. Das ist doch nicht schfant. und sogar Auto haben wir dafür erst mal schnell runter ist das direkt auf den Bäumen? so jetzt ist der Sprit weg die geht aber ein bisschen aus ich habe gerade noch Kugel drückt bis zum abwinken und dann zog der sogar noch ein bisschen hoch hat nichts mit Gott zu tun das war Glück war einfach nur hey ist das für die Aufnahme?